Ja Leute und herzlich willkommen zurück. Wir werden jetzt mal gucken wo unsere Sonnenblumen uns am meisten gehören werden. Es ist in der Getreidemühle. Die Getreidemühle ist da unten. Da muss ich jetzt echt mal eine Karte fahren. Die Getreidemühle kennt mich gerade nicht so gut aus. Ich habe die Getreidemühle auch schon hinger gebracht. Na gut, die Getreidemühle habe ich noch nicht hinger gebracht. Gut, die ist hier. Klappt doch gar nicht. Ist gut bis jetzt. Klappt doch gar nicht. Ist gut bis jetzt. Okay. Vielen Dank. Wir verkaufen jetzt noch das Gerst. Sieht doch super aus. Ich liebe sie einfach nur. Also Leute, verzeiht mir, wenn ich das so oft sage, aber sie ist ja nun geil. Und wie ihr seht, ich hab noch nie mal Probleme mit dem Grünschimmel zuvor. Das ist doch auch super. Das sind auch nochmal 16.000. 16.000. Das sind 27.000. 30, 40, 45.000 Euro brauchen wir. Und zusammen für die ganzen Rätschaften, die ich noch gerne haben möchte. Zum Anfang. Die ich zum Anfang haben möchte noch. Aber das wichtigste ist jetzt erstmal der Striegel für 18.000 Euro. Die ich zum Anfang haben möchte. Für Wasser. Wasser brauchen wir noch. Wir brauchen noch Miststreuer, Güllefass. Das kommt ja erst alle später. Da. 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 Das was wir jetzt noch kaufen werden, ist schon mal Mähtechnik für 16.000 Euro. weil dann können wir nämlich das eine feld schon mal ab ernten hier also das kleine grüne fläche hier dann aber schon mal ein bisschen gras auch eingelagert ja dann fahr doch weiter ja dann fahr doch weiter ja dann fahr doch weiter Vielen Dank. 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 Ciao, ciao.